Danke, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ja, du Peller. Und Phil, du wolltest jetzt mal die Haushalte da draußen grüßen. Ja, ich wollte die Leute an den Geräten zu Hause grüßen, die jetzt hier live zugucken. Weil das ist live. Ist das live, Onko? Äh, in Salzwedel. Ich hoffe, das hat sich rumgesprochen. Und wenn nicht, dann wird sich das noch umsprechen. Genau. Okay, nächste Song. You're gone with the wind. You're gone with the child. You're gone with the child. Nothing. Nothing more saying. Nothing more on me. Nothing in me. I kissed the girl and I liked it. Yes, I am. Oh, oh, oh. Where am you gone? You're fucking here. Me. I see. The youth. I am so fucking late. Where am you gone? You're fucking here. Me. I am so fucking late. I am so fucking late. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich hoffe, jetzt sind die 7000 Haushalte aufgewacht. Elvis, jetzt kriegen wir die Gitarre hier drüben noch ein bisschen lauter. Geht das? Ja, geht das? Oder? Nein, hat doch gesagt. Aber der Brücker klingt jetzt hier die Evil-Stimme. Jo, okay, jetzt kommt's... Also, wem das ein oder andere Lied, das vielleicht noch kommen mag, gefallen wird, oder so ungefähr, kann auch gerne mal auf unserer MySpace-Seite vorbeigucken. Einfach MySpace.com, WeWork, Alone Band. Oder YouTube, da gibt's auch eine lustige Comedy-Ecke. Genau, einfach mal nachgucken, rumstöbern.